Guten Tag und herzlich willkommen zu Wookerby Streamland und wir sind, man kann schon sagen im Finale, wir müssen nämlich einen Boss-Farsch vollbringen und wir machen jetzt mit diesen komischen Ballon-Typen weiter. Oh, das war am Strand. Also wir haben schon gesehen, dass das anscheinend eine Zusammenführung ist aus allen Welten. Also nicht mehr aus allen Welten, sondern jeder Boss zeigt eine Zusammenfassung von der jeweiligen Welt. Und ja, Wispy Woods haben wir besiegt und Fu und Far. Und das ist wieder Kirby. Muss ich ihn einfach nur berühren? Joa, anscheinend schon. Gut. Äh, wer ist es nochmal? Was? Es gibt sich hier mehr Inhalts. Wir müssen ja auch in den Himmel kommen, ne? Okay. Und hier ist diese komische Limette oder Zitrone. Jetzt haben wir ein Item. Yay! Hey! Ach, das... Da steht auch ein bisschen wieder... Ach, ich kann auch gedrückt halten. Gut. Ich glaube, wie viel Treffer der braucht. Nicht genau, aber... Bring ich dich um, ne? Dann bin ich tot. Also ich hab dann Game Over. Scheiße! Oh! Die Kugel hat mich eigentlich getroffen, aber von mir aus noch nicht. Wir sind tot. Wir müssen jetzt Cracko besiegen und, ähm... Äh, äh, first try... Na, ich sag nur letzter Part. Als Beinbruder so... Oh. Oh. Stimmt, es kommt ja noch... Oh, das ist irgendwie ein Vieh. Das ist Vieh, Leute. Nicht der Teufel. Hallöchen, ich bin Gott. Nein. Bring mich nicht umspiel. Das werde ich dir niemals verzeihen. Und wenn, bald Cracko. Runter. Okay, komm nicht bis dahin. Jetzt sei nicht auf der anderen Seite. Ist dein Alten. Ja, genau. Jetzt mich verarschen, Spiel. Jetzt ist der Kirby auf der anderen Seite. Du willst... Du willst... Du bist doch verarschen. Mann, das geht... Alter. Ah, ich kann nicht durchfliegen. Ist das dein Ernstspiel? Ist das dein scheiß Ernst? Ich muss ja dann schon doch eine Berührung. Ah, anscheinend mit der Form, wie... wie der was wieder gerade aussieht. Da muss ich auch wahrscheinlich auch zu dem Gehen. Und dann... Hallo, Cracko. Ich bin nicht um. Okay, Beam. Beam, 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 Beam. Gegner. Er springt. Hat dich schon getroffen! Anscheinend doch nicht. Beam. Er wandert. Ich treffe ihn. Beam. Er fähigt. Er springt. Er macht nur mal ein Beam. Jetzt müsste der wandeln, oder? Ich warte nochmal. Ne, ich bin nochmal ein Gegner. Ich treffe ihn nochmal. Ich treffe ihn nochmal. Das sieht gut aus, Leute. Aber ich soll mich nicht zu früh freuen. Wohin. Okay. 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 und er macht immer so nett ist das spiel okay sagen was soll es auch sonst manche jetzt das spiel noch vorne haben wir müssen noch mal alle bosen sind gut wir fangen jetzt aber mit wispy muss anders an sich der erste ein bisschen leiden oder aber das müssen wir machen das war auch einfach mit wispy wird einfach nur nach rechts ja einfach den gegnern berühren also kirby dann geht alles kaputt so wispy jetzt kann ich es sind früchte das ist kein gemüse das macht bin ich doch behindert ich dachte ich muss nach unten aber das war ein anderes so einfach so dass das war richtig laufen euch also hallo bitte mich verarsche für was bitte was das ist wichtig das war doof ja so trifft sie mich auf jeden fall okay war ist gut oder nicht ich habe trotzdem hier und ich werde ausgetrickst und was das war ein treffer hallo okay er ist so oder so tot da brauche ich mich nicht zu bespüren so der ball wir haben noch ein leben und der ballonfahrt und krepp das sind beide scheiß schwer also hier werde ich so oder so getroffen also schon beim hingehen glaube ich schätze ich jetzt einfach mal nicht sterben ok ok es ist eigentlich easy eigentlich oh nein ich dachte ich habe den falschen knopf gedrückt ok dann gehe ich erst nicht will ich zu kirkos das geht dann macht mir immer Angst also das level das ist das level doch das ist das endlevel stage 5 hat eigentlich viel inhalt 4 und 5 und scheiße hat er mich hat als ob er hätte was das finde ich gut ist nicht also wirklich nicht ich werde einfach mal alle leben das finde ich nicht gut also Nintendo und Halle nee das geht nicht das finde ich nicht okay von euch und jetzt richtig das macht mir so Angst das soll nicht berühren ok Kirby ok ein Leben noch auch das wunderschön wenigstens saugt er aber auch immer ein wenn ich dann auch den Knopf drückt gut 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 ok wir drückt halten und treffen ab 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 bitte 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 einfach ganz nah voran dann kann er mich so gut wie gar nicht treffen oder auch doch ah bitte nicht bitte bitte ok er ist fast tot gut gut ähm crackow mein gott ey ich hab nur noch ein Leben und das wird das das wird das das ist 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 einfach easy eigentlich ist das easy und es ist wirklich so muss die form haben die körbe auch grad annimmt und da ist der krikow hallo ok du machst gerade den dächt du willst mich verarschen beam jetzt muss ich beten und bitte was er cheat jetzt mal ok ich kann über den springen das ist schon mal gut das ist schon mal sehr gut er wandert er gibt mir noch ein Gegner und es rückt ok beide haben noch drei Leben Kirby und Kripo boah der macht das so plötzlich ok zwei Leben hat er noch noch ein Leben das das schaffen wir nicht warum denkt er denn nur noch das ist Betrug ey das ist Betrug das geht doch nicht ok wir haben ein anderes Problem es kommt jetzt die 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 ich kann doch mal sagen dass die mensch ist okay wie das unfassbar viele leben die hätte ich nehmen das die du bist du bist du bist die 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 hat anfang viele angreifen hat auch sehr viele leben muss man sagen man muss ja auch so ein bisschen lassen das will ja nicht angreifen hallo kannst du ein bisschen und das war schlecht und das war auch schlecht und ich bin fast ein leben er hat noch mehr als ein leben und er macht letztes leben für die die als ein bein der macht mir jetzt unscheiß Angst, ne? Leute, das sieht gut aus. Auch wenn ich jetzt mehr Leben hab als er. Ähm, auch wenn er mehr Leben hab als ich und ich eigentlich voll Leben hab, aber trotzdem. Der macht das so plötzlich wie Greco. Das ist nicht gut. Da ist der Name. Das hätt ich nehmen müssen. Okay, er macht seinen komischen Scheiße. Seinen Dash-Angriff. Das dauert zu lang, wenn ich das meine. Und so täuscht er nur an. Okay. Bam. Oh, er macht's grad noch mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war gut. Das war gut getimed. Der Hammer. Und ich, bam. Wenn der eine ist, auch das ist das Problem. Der könnte mich dann schön nehmen. Er macht's jetzt noch nicht. Das ist schon mal gut. Der Boss kommt ein bisschen schwer. Das muss ich sagen. Okay. Der, 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 der holt den Hammer raus. Ich nimm. Gut. Okay, er macht mir einen komischen... Er wirft sich wieder hin, okay. Der komische Pink-Pink, ey. Okay, danke. Okay, okay, okay. Gleichstand. Gleichstand. Das ist schon mal sehr gut. Er springt. Nein. Das ist nicht dein Ernst, DDD. Willst du mich komplett verarschen? Und er täuscht an. Betrug. Er täuscht schon wieder an. Er springt. Oh shit. Nein. Das ist nicht dein Ernst. Spiel, du Bissern. Das wäre so schön, hätte ich jetzt besiegt, ey. Gut, Leute. Ja, mal so. Weil ich so scheiße bin. Ich kann auch gar nichts, ne? Oh. Oh, scheiße. Ist nicht dein Ernst. Oh. Spiel, ich liebe dich. Spiel, ich liebe dich. Oh. Ich dachte schon, ich müsste jetzt alles wieder neu machen. Aber nein. Sonst hätte ich gesagt, Leute, wir enden jetzt den Part. Wir machen das im nächsten Part. Aber. Was schaffen wir noch in dem Part? Oder? Soll ich, soll ich so gemein sein? Und auch die, die Spannung halt? Bitte was? Ähm. Sind wir 14 Minuten? Nee, komm, das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Komm, Leute. Hi, DDD. Okay, ich fasse dich so. Okay. Er springt. Das ist schon mal gut. Ich schieße. Er hat seinen Hammer. Ich schieße einen Hammer. Nee, das ist eigentlich so einfach. Das war doof. Ich gehe jetzt hoch. So, tschüss. Er springt. Ich bleib auf der Stelle. Ich schieße ihn ab. Cool, er hat seinen Hammer. Wir müssen hinten. Ich schieße nochmal ab. Er hat seinen Hammer. Und er springt. Mhm. Okay. Was? So viel Leben habe ich schon abgezogen. Ein bisschen unlogisch. Wir leben noch. Ich habe mehr Leben als er. DDD. Das war's. Für dich. Zwei Leben hat er noch. Ein Leben hat er noch. Was machst du jetzt? Was hast du? Du bist tot. Du bist so was von tot. Stier. Was soll das denn? Was soll das denn? Tschüss. Oh, wie die Festung geguckt hat. Wir haben alle fünf zusammen. Alle fünf Sternenspieler. Wofür auch immer die sind. Wir machen jetzt aus. Kirby ein Super Kirby. Was? Tschüss. Ah, Essen. Ähm. Hast du das ganze Essen gestohlen oder wie? Ähm. Kirby. Das ist nicht. Die Credits. Ähm. Okay. Ähm. Das Spiel. Also. Das ist schon. Es hat unfassbar viel Inhalt. Ich meine. Okay. Jetzt. Wenn du es jetzt spielst. Kann man ja machen. Das ist eigentlich wenig. Ich wollte denken heutzutage. Aber ich dachte. Es sind nur vier Level. Einmal das erste Level. Dann ein Höhen Level. Dann dieses Strand Level. Und dann kommt äh. King Dedede. Fertig. Das war's. Dachte ich. Äh. Ich hab das nämlich verwechselt mit frische Brise. Das ist so ein. Ja. Mini Level. Also Mini Spiel. August Kirby's. Superstar Ultra. Und das endet genauso wie hier das hier. Nämlich mit dem Ballon Kirby. Das halt auch King Dedede das Essen gestohlen hat. Jetzt dachte ich. Dass das einfach nur. Das Spiel ist nur auf dem Gameboy. Aber. Nein. Es hat viel mehr Inhalt. Thank you for playing. Oh das ist so nett. Also mein Fazit. Es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich das Spiel zu kaufen. Ne Wertung. Boah. Ähm. Also für die damalige Zeit. Und mit dem Inhalt was es hat. Es hat mich geflasht. Bye. Bye. Sagen wir mal so. Ein Score von 70. Oder 70. 70. Press A. Und select on the title screen. To start a new advent. Extra game. Leute. Ich hab wie schon gesagt. Mein Fazit gesagt. Mit dem 70. Was auch immer da. Die Idee macht. Leute. Anscheinend. Ist das Projekt doch noch nicht beendet. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Mit dem extra game. Ich schätze einfach mal. Das ist einfach nur noch mal. Das normale Spiel. Mit. Ja. Mit mehr Inhalt. Bin schwierig. Also. Bisschen schwieriger. Wahrscheinlich. Mit weniger Leben. Ich schaue mir das noch an. Vielleicht machen wir das noch. Wenn nicht. Da kommt kein Part mehr. Aber ich würde mal sagen. Bis dann. Gib eine Bewertung ab. Und. Tschö. Bis dann. 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 Vielen Dank.